Mit a Fiedl und a Fiedl, weder klingt ein Eddisch Liedl, Mame los, und sie ist doch am Achaie. Kläß'm reint die Küche, kommen, spiel'n Eddisch, enig unem, zwischen alte Lieder spielt ne Naie. Hatsch, wie viele Schlange schwiegen, singen mir mit Fargeneg'n, jeder meia tänz'n Muetang. Domerfeltagram zu einem Liedl, sie ist trunne, badem Fiedl, mit dem unter Cilipilibom. Domerfeltagram zu einem Liedl, sie ist trunne, badem Fiedl, mit dem unter Cilipilibom. Cilipim, Cilipom, es in Basunder Cien, neinem Cilipim, Cilipom. Farkäine, bläst nicht schämen, Cilipim, Cilipom, Du bist gekommen bei mir, du im Kabinett in Paris, bist gekommen in Paris mit die Flüchtlinge aus der Ost, wie heißen sie? Ah, Biene und Mira, Kerstin. Und sie reden ein bisschen Jüdisch. Ja, sie reden auch Jüdisch. Du bist die Töchter für den Schäferzucker. Ja. Das ist nachher eine interessante jüdischistische Familie, wie aus euch kennt das? Well, unsere Töchter ist gewesen, ein Bundist und ein Jüdisch. Und später, in der Heim haben wir Englisch gelernt und er hat gelernt Jüdisch. Und wir sind beide gegangen in eine jüdische Togschule in Winnipeg. Und später ist Sheba weg von New York, studierend Jüdisch im jüdischen Lehrerseminar. Und beide interessieren sich also in Jüdisch, die und sie. Und sie verinteressiert sich mehr. Ich bin zurückgekommen später zu Jüdisch. Ich habe es. Aber ich habe auch größten Häuf, was dir erst aufgemacht werden, die jüdischen Radios. Weil es ist tatsächlich ungeheuer. Ich habe auch gewollt, machen eine Schmissgruppe auf Skype. Es ist ziemlich geschickt, die auch Namen für die Menschen, die ganze Welt. Es ist gewesen sehr wichtig. Ja, es ist schon in fünf Jahren, was ich habe bei jüdischen Radios halbes Jahr in Winnipeg. Und ich habe gedacht, machen ein Projekt für die Konferenz. Und ich habe gedacht, reden wegen jüdischen Radios um der Welt. Und dann habe ich geforscht und gefunden, wo es einen jüdischen Radioprogrammen über der Welt sind. Also habe ich auch gekennzeichnet, stellen in Kontakt mit den Menschen, die in der Radio arbeiten. Ja. Aber, wo sie gewöhnt von mir etwas, was sie heute nicht verstanden ist, war, wusste die Menschen arbeiten nicht zusammen. Ich weiß nicht. Jeder eine meint, dass sie sich ausdrücken können allein. Ja, ich wollte gewollt arbeiten mit den Menschen. Einmal nutze ich etwas von vorwärts schon oder etwas, aber ich weiß nicht, was sie alle tun. Die hast mir geschickt eine Sache nehmen, für Menschen, für welche ich auch gemacht habe, ein Interview. Du siehst du eine letzte Frau, wo sie ist eine Singerin, die noch nicht gekennzeichnet macht in diesem Interview. Ich habe eine größere Häufe, wenn die auch sagt. Nein, das ist gewöhnlich sehr wichtig. Siehst du eine Sache, Menschen, die jüdischen in der ganzen Welt sprechen, die sie nicht verbinden können. Ja. Und mit dem Internet erwarten, weil man kann hören die Programme von über der Welt auf dem Internet. In Italien Zutra, der letzte, wo sie sich auch gemacht hat, ein Interview, und wir gehen in der Sache nehmen. Aber es ist nicht dieselbe Sache, wo man trifft einen Mensch, und er meret durch ein Telefon. Ein Interview ist nicht dieselbe Sache. Ja, es ist schön zu kommen und sehen ein Mensch, von ihm zu von ihm. Ja, es ist schön zu kommen und sehen ein Mensch, von ihm zu von ihm. Was hast du gemacht in Paris? Erstens sind wir gefahren, kein Bordeaux. Und wir sind gewandt dort in zwei Tagen und haben da rumgeguckt in Stadt von Bordeaux. Und wir sind gekommen, kein Paris, Mittwoch, bei Nacht. Donnerstag bin ich gegangen in Musée de Luxemburg, weil es hat sich angehoben die Ausstellung von Chagall. Es ist sehr eine feine Ausstellung. Und wir sind in einem Raum gegangen in Marché de Bastille und in die Gassen von Paris. Und meine Plänenze sind gegangen in Musée de Pompidou. Ich bin schon gewandt dort. Oder sie sind auch schon gewandt dort. Und wie warst du? Wir sind in einem Hotel im 11. Arrondissement. Und wo ist dein Lieben in Chagall? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache. Kulieren und die Motiven. Ich weiß nicht. Man darf gucken und trachten. Es ist ein bisschen nicht real. Die Reihen auf dem Dach und die Menschen mit Reihen. Aber es ist sehr interessant. Es ist eine Mythologie? Ich weiß nicht genug wegen Mäulerei und Künstlerei. Aber es geht zu dir. Ja, ich habe es gewollt. Ich habe es gewollt, weil ich habe gedacht, dass es eine gute Chance zu sehen, eine solche Ausstellung. In zwei Bildern sind eine gewandt jüdische Motiven mit Werte geschrieben auf Jüdisch in der Hand. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich, wie die Zeit läuft. Es ist ein gewandt von seinen früheren Bildern. Nicht größeren Bildern, aber kleiner. Und sie haben jüdische Werte. Die hast du geheilt von den Pjessen, die es auch gespielt hat in Warsche, wegen Chagall. Wo es der Theater in Warsche hat gemacht. Ah, nein. Ich denke ich. Wenn ich bin gewesen in Warsche, habe ich gesehen eine Pjessen, wo es auch dort gespielt hat im Theater von Golda Tänzer. Ja, ich habe gehört. Von Tschurmirch. Man hat gesehen die Bilder und die Motiven. Es ist eine Mythologie, nicht? Ja. Und wo ist eigentlich jetzt in Winnipeg? In der Radio? Mein Radio geht auf. Und jetzt habe ich ein Programm. Mein Programm ist mehr Musik. Ich habe ein bisschen. Ich habe gehört auf Altsning auf Jüdisch. Aber ich habe ein bisschen Musik. Aber ich habe ein Gast. Aber nicht zu viel Gast. Und nicht. Und in Winnipeg jetzt, du hast gehört mit Itai Zutran. Er ist der Professor von Jüdisch in der Universität von Manitoba. Und er wird sein da in Winnipeg. Zwei Jahre. Efter mehr. Aber sein erster Term ist für zwei Jahre. Und er darf alles arbeiten, das Curriculum für den zweiten Niveau. Weil es ist da eine Freude, was Jüdisch lernt im ersten Niveau. Und sie hat ihr Curriculum. Und was noch. Wir haben jeden Jahr in Winnipeg ein Mameloschen-Festival. Wo wir haben drei Abende mit jüdischer Musik. Oder jüdischer... Efter... Mehrzenteilmusik. Artisten von Winnipeg und auch von über der Welt. Und was noch. Amal. Und jetzt in jüdisch... Jede zwei Wochen in der Zeitung. So das ist gut. Weil wir haben eine Jüdlamet-Peretz-Folkschule Endowment Trust. Es ist einmal gewann eine Jüdlamet-Peretz-Folkschule. Die Schule existiert nicht mehr. Es ist gewann eine Togschule. Weil in Kanada haben wir gehabt. Es sind auch jüdische Togschulen. In Calgary, in Montreal, in Toronto, in Winnipeg. Aber jetzt existieren sie nicht. Aber wenn man die Schule hat, hat man verkauft in Winnipeg. Und sie haben Geld. Und sie haben eine Trust Fund. Wo sie haben Geld. Und sie stützen jüdische Unternehmungen. Sie stützen die Radio. Sie stützen den Festival. Sie stützen andere jüdische Projekte. Jüdische Leihenkreise. So das ist gut. Aber es ist nicht da. Es sind da Menschen, die einen Interesse haben in Jüdisch. Aber ich weiß nicht, wie viele. Ich kann es nicht sagen, wie viele haben wir besprochen. Es ist faszinierend. Aber für was? Wenn man heute ein Konzert für Musik kennen, kann man 200 Menschen kennen. Aber für den Leihenkreis, wenn man heute 15, 20 Menschen, ist gut. In woher Musik spielst du? Auf meinem Radio? Auf deinem Programm? Auf deinem Programm, ja. Es ist günstig. Ich habe lieb zu spielen Artisten von heute. Weil ich fühle, dass Menschen sie hören dürfen. Aber letztens habe ich angeheben zu spielen ältere Sachen. Weil ich habe getan ein Programm wegen Aaron Lebederf und einer wegen Molly Pikan. Aber ich denke, es ist wichtig. Als MSZ spielt die Musik von den Artisten von heute. Ich 800-Jeder aus dem Programm, weil sie rätzt wegen weltlichen Sachen in Jüdisch in der Radio? Ein bisschen ist. Ich weiß nicht, aber ich gebe nichts, keine Sachen aus meinem Programm. Ich werde nicht so viel. Der Rätzt wegen bloß Jüdischkeit oder von der Welt? Nein, mein Programm ist musikalisch und jüdisch. Einmal wegen der Dichter, die Lieder von Nitzig Manger, die Lieder von Mordkirche Gebirte. Einmal. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen hören sich zu. Aber du hast dann eine Ahnung. Ja, und ich habe gelernt aus dem. Was hast du gelernt? Was habe ich gelernt? Ich weiß nicht, ich denke, ich bin mehr verinteressiert in Jüdisch und ich habe ein bisschen verbessert mit Jüdisch. Mit knapp drei Jahren zurück bin ich gewendet hier in Paris und habe gestudiert vor drei Wochen in der Bibliothek. Ich weiß nicht, was noch ich habe gelernt. Aber auch der Kontakt mit ich, Herr Sitzuermol, zu den anderen Programmen in der Welt. Es ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ich habe es einen Dank. Und wir wollen, ich möchte jetzt ein Dank.